Ja hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Competitive Deckcheck auf dem Kanal. Es ist Freitag, also heute wieder das Modern Format. Sehr coole Deckliste, Rot-Grün Land Destruction, sieht man ja nicht wirklich oft im Modern Format. Ich habe eine gute Deckliste gefunden, werde ich euch natürlich alles gleich im Detail vorstellen. Im Anschluss an das Hauptdeck natürlich wie immer eine kleine Deckbewertung und am Ende reden wir dann natürlich noch über das Sideboard, so wie es hier mit diesem Deck gespielt wurde. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall alles neu, gibt also viel zu tun für dieses Video. Wenn euch das Video gefällt, wäre es super cool, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lassen könnt. Wird dem Kanal auf jeden Fall super helfen und ohne viel vorweg zu reden, würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los. Viel Spaß mit diesem Deckcheck. So, das Hauptdeck ist jetzt schon einmal eingeblendet. Könnt ihr schon mal den ersten Blick drauf werfen, man sieht auch sofort, wir sind nicht ein reines Land Destruction Deck, sondern gleichzeitig auch noch ein Bloodmoon Deck. Das erfahrene Auge wird das auf jeden Fall hier schon erkannt haben, was die Karten so einzeln machen. Natürlich sehen wir auch den Bloodbraid Elf wieder. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorweg reden. Es ist auf jeden Fall ein fieses Deck, kann man auf jeden Fall viel Schaden mit anrichten. Es ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Gerade wird ja wirklich jeder Decktyp durchgetestet. Gerade bei Magic Online können die Leute ja auch sehr schnell ihr Deck wechseln und mal durchtesten, was alles geht. Wir sehen viele neue Decks auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen. Wird auf jeden Fall super interessant. Ja, und hier das Deck ist natürlich auch ungeschlagen gegangen in der Modern Liga, sonst würde ich das hier jetzt nicht vorstellen. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Wollen wir jetzt gleich mal im Detail reinschauen. Und das Budget ist auch gar nicht mal so hoch. 290 Euro im Moment für das Hauptdeck. Das ist für Modern Verhältnis tatsächlich noch relativ preiswert auf jeden Fall. Der Preis wird eventuell sogar noch ein bisschen runtergehen. Wir haben ja jetzt noch gerade die Masters 25 Spoiler Season. Wer das aktuell verfolgt, Bloodmoon wird neu aufgelegt. Also es kann sein, dass das ganze Deck jetzt auch noch mal ein bisschen billiger wird. Also auf jeden Fall interessant. Kann man mal gucken, was auf jeden Fall passiert. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt wirklich mal die Karten im Detail an, damit auch wirklich jeder mitreden kann und weiß, um was es hier geht. Im Ein-Mana-Bereich haben wir unsere ganz wichtigen Mana-Kreaturen. Und tatsächlich diesmal nicht irgendwie Noble Hierarch oder Bird of Paradise ganz oft, sondern diesmal viermal Arbor-Elf. Sieht man ja ganz selten im Modern-Format, dass mal hier sowas wie der Arbor-Elf den anderen Mana-Kreaturen vorgezogen wird. Hat aber einen wichtigen Grund. Erstmal eher ein Mana 1-1. Er kann nämlich beim Tappen einen Wald enttappen. Also virtuell produziert er quasi auch immer ein grünes Mana. Aber da gleich zu mehr. Birds of Paradise, halt ganz nett, auch mit Flugfähigkeit. Können auch mal blocken in der Luft. Machen Mana einer beliebigen Farbe und sind eben hier für unser rot-grünes Deck die zweitbeste Wahl nach dem Arbor-Elf. Warum das Ganze und warum sind gerade diese Mana-Kreaturen so wichtig? Wir wollen immer, wenn es geht, im ersten Zug eine Mana-Kreatur spielen. Damit wir im zweiten Zug mit unserem Land-Drop direkt drei Mana zur Verfügung haben. Das ist ganz wichtig. Da wollen wir dann unter anderem den Blood Moon mitspielen. Und links, Utopia-Sprawl kommen wir gleich zu. Aber Blood Moon im zweiten Zug ist im Modern-Format schon mal sehr, sehr, sehr stark. Deswegen ist ja auch direkt viermal im Deck. Alle nicht Standardländer sind Gebirge. Habt ihr bestimmt schon mal mitbekommen, dass im Modern-Format der Blood Moon von vielen Decks gefürchtet wird. Die Mana-Bases der Decks sind halt manchmal recht gierig. Man spielt super viele Dualländer, teilweise nur zwei oder drei Standardländer. Und wenn man dann den Gegner eben sehr schnell einen Blood Moon vor die Nase legt, kann man fast schon damit teilweise Spiele gewinnen. Sehr, sehr, sehr gut, wenn man eben die ganzen mehrfarbigen Decks komplett von ihrem Mana abschneidet. Sind gegebenenfalls noch nicht mal ein rotes Deck und haben dann eben nur Gebirge quasi auf dem Feld. Sehr, sehr, sehr stark wirklich der Blood Moon. Besonders, wenn er im zweiten Zug kommt. Und dann eben nochmal der Utopia-Sprawl. Deswegen ist tatsächlich unser Arbor-Elf auch besser. Eine Ein-Mana-Land-Verzauberung. Machen wir auf einen unserer Wälder drauf, wählen eine Farbe. In der Regel ist das dann entweder nochmal grün oder eben rot. Und immer wenn der Forest dann für Mana getappt wird, gibt es ein zusätzliches Mana. Also das Land produziert virtuell zwei Mana. Und wenn wir es mit dem Arbor-Elf enttappen, produziert quasi auch der Arbor-Elf direkt zwei Mana. Das ist halt auch richtig, richtig gut, wenn wir im ersten Zug direkt den Arbor-Elf legen. Im zweiten Zug verzaubern wir mit dem einen Mana, was wir eventuell noch ausspielen, direkt den ersten Wald. Der Tap für zwei Mana und so können wir dann im zweiten Zug quasi auch direkt vier Mana mit einem Arbor-Elf produzieren. Das ist halt richtig, richtig, richtig stark. Weil wir auch noch den Bloodbraid-Elf im Deck haben. Und wenn wir dann auch noch den Blood Moon durch Zufall treffen, kann man da wirklich extremst krasse Early-Züge mitmachen. Richtig, richtig stark. So, gehen wir jetzt aber nochmal weiter. Wie gesagt, wir sind ein Land-Destruction-Deck. Und wenn wir die Zaubersprüche natürlich im zweiten Zug spielen können mit unseren Mana-Elfen quasi, ist das natürlich noch direkt besser. Wir haben viermal Molten Rain, zerstört irgendein Land. Und wenn wir damit ein Nicht-Standard-Land zerstört haben, gibt es nochmal zusätzlich zwei Schaden für den Besitzer von dem Land. Wir treffen im modernen Format eigentlich immer Nicht-Standard-Länder. Also zusätzlich zwei Schaden nehmen wir gerne mit. Und dann noch Stone Rain. Wir haben halt leider schon viermal den Molten Rain im Deck. Der zerstört einfach für drei Mana irgendein Land. Ist aber ein bisschen leichter zu casten. Das aber hier in unserem zweifarbigen Deck eigentlich kein Problem. Dann haben wir im Vier-Mana-Bereich noch dreimal den Acid-Moss. Auch eine gute Karte ist gleichzeitig quasi Land-Destruction. Und ein Ramp-Spell für uns. Können uns zusätzlich noch einen Wald aus dem Deck suchen, ihn getappt ins Spiel bringen. Ist auf jeden Fall am Ende der Land-Destruction-Kurve hier quasi auch noch eine sehr nette Karte. Ja, jetzt kommen wir mal zu unseren richtigen Kreaturen. Die Mana-Base des Gegners steht ja jetzt maximal unter Beschuss. Blood Moons und das volle Set Land-Destruction-Zauber-Sprüche sehr stark. Und jetzt kommen unsere Karten, mit denen wir selber parallel noch ein bisschen Kartenvorteil machen müssen. Das muss man mit so einem Land-Destruction-Deck nämlich definitiv immer machen. Denn man kann definitiv auch zu viele Land-Destruction-Spells ziehen. Man kann auch eventuell ein bisschen zu langsam sein vom Tempo her. Und parallel Card-Draw quasi auf Kreaturen ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Wir spielen dreimal den Tireless-Tracker. Ich liebe ja einfach diese Karte. So eine gute grüne Kreatur, um Kartenvorteil zu generieren. Immer wenn wir ein Land ins Spiel bringen, dürfen wir investigaten. Kriegen also einen Clue-Token. Und den können wir opfern, um Karten zu ziehen. Und parallel wird der Tireless-Tracker dann noch immer stärker. Also super Karte, um den Gegner auch einfach kaputt zu prügeln und gleichzeitig Karten zu ziehen. Dann ein Cursor auf Crewfix. Auch super. Wir haben permanent die oberste Karte unseres Decks offen. Wenn es ein Land ist, können wir es auch direkt ausspielen. Oben vom Deck, immer wenn ein Land ins Spiel kommt, kriegen wir einen Lebenspunkt. Also auch super Karte einfach der Cursor. Damit wir immer möglichst wenig Länder nachziehen und sie einfach von unserem Deck spielen können. Und gegen rote Decks haben wir noch zusätzlich den Life-Gain. Der ist natürlich auch immer ganz nett. Im 4-Mana-Bereich, ja dann natürlich der Bloodbraid-Elf, habe ich eben ja schon gesagt. Super gute Karte, muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Gerade entbannt worden im Modern-Format. Und er wird jetzt wirklich in möglichst viele Deck reingestopft, um zu gucken, wie gut funktioniert das. Und hier in dem rot-grünen Land Destruction Deck ist er natürlich auch 4-mal gesetzt. Unsere Mana-Kurve geht noch ein bisschen weiter. Wir haben noch richtig dicke Beter am Ende der Kurve. Zunächst zweimal der Storm-Breath-Dragon. Richtig gut. 5-Mana, 4-4, fliegend Eile, Schutz vor Weiß. Eile generell sehr stark, auch gegen irgendwie Control-Decks. Einfach immer, damit wir permanent Druck aufbauen können. Super, super guter Beter. Schutz vor Weiß ist auch gar nicht unrelevant im Modern-Format. Viele Decks spielen Path to Exile. Kann er nicht von getroffen werden. Und alle anderen Decks spielen meistens Fatal Push. Kann er auch nicht von getroffen werden. Weil er tatsächlich ein Mana zu viel kostet. Und wir haben ein bisschen Ramp im Deck. Dann kriegen wir den Drachen auch relativ schnell ins Feld. Und ist wirklich aktuell im Modern-Format wirklich ein guter Beter. Später können wir ihn noch monströs machen. Zusätzlich Schaden schießen. Das passiert aber jetzt gar nicht mal so oft. Kann man aber definitiv einfach mal machen. Muss man immer auf dem Schirm haben. Wir haben am Ende natürlich noch einen Riesen-Beter. Ihr habt ihn jetzt hier schon gesehen. Zweimal Inferno Titan. Auch super, super gut am Ende der Kurve. 6-Mana, 6-6. Wenn er ins Spiel kommt oder angreift, können wir 3 Schaden frei verteilen. Auf Kreaturen und oder Spieler. Super gut. Kann noch ein bisschen Kleinzeug aufräumen. Und wir können alles an zusätzlichen Mana in ihn reinpumpen, um ihn noch stärker zu machen. Definitiv am Ende der Kurve ein sehr guter Beter. Zweimal der Inferno Titan. Ganz am Ende, bevor wir zu Mana Base kommen, ein Zauberspruch. Ganz alleine, den ich nicht vorgezogen habe. Wir haben einen Primal Command. Einfach ein sehr flexibler Zauberspruch, den wir dann je nach Spielsituation nutzen können. Entweder zusätzlich Live-Gain machen. Ein Nicht-Kreaturen-Permanent auf das Deck des Gegners zurücklegen. Einfach um ihm ein bisschen Tempo zu klauen. Dann Friedhof in die Bibliothek mischen. Da kann man auch Graveyard-Decks tatsächlich ganz gut mit aushebeln. Oder unser Deck nach einer Kreatur durchsuchen, sie auf die Hand nehmen. Einer der Modis, den wir eigentlich immer nehmen. Man nimmt eigentlich immer, sucht dir eine Kreatur raus. Und dann eben noch einen zweiten passenden Effekt dazu. Die Mana Base ist auch eben relativ preiswert. Das ist natürlich ganz günstig für dieses Deck. Wir spielen selber viermal Bloodboon. Müssen also ein bisschen aufpassen. Aber wir haben neun Standardland-Wald im Deck. Das ist auf jeden Fall super krass für das Modern-Format. Einen einzelnen Mountain, den wir dann auch gegebenenfalls rausfetschen können. Acht Fetch-Länder insgesamt. Vier Wooded Foothills. Vier Windswepties. Natürlich dann viermal Stomping Ground, das passende Duel-Land dazu. Und das war es auch schon für die Mana Base. Also super, super einfach gehalten. Und jetzt würde ich sagen, können wir auch schon zur Deckbewertung kommen. Über das Budget haben wir schon am Anfang geredet. Und im Bereich Synergie hat das Deck zwei von fünf Sternen. Wir haben natürlich die super straightforward Land Destruction Strategie. Aber unsere Karten synergieren nicht super krass miteinander. Natürlich haben wir durch den Abo-Elf, Land Enchantments etc. Immer noch ein bisschen Synergie in dem Deck. Aber eigentlich wollen wir maximal die Mana Base des Gegners angreifen. Und ihn dann einfach mit großen, guten Kreaturen umtreten. Die Karten synergieren nicht wirklich miteinander. Im Bereich Kreaturen und Kreaturengröße sind wir definitiv ja schon eine recht schwache vier von fünf. Also generell eine recht hohe Bewertung. Natürlich haben die Eldrasis oder die RG Trondex noch größere Kreaturen. Aber wir haben echt relativ viele Kreaturen. Kriegen sie schnell ins Spiel und haben am Ende der Kurve durch Storm, Breath, Dragon und Inferno Titan auch wirklich insgesamt sehr große, starke Kreaturen. Im Bereich Flexibilität. Ja, eins von fünf Sternen ist es gar nicht mal so wichtig, dass wir mit den Karten des Gegners interagieren können. Im besten Fall fangen wir im zweiten Zug an, seine Mana Base anzugreifen. Sodass unser Gegner gar nicht mehr super viele Zaubersprüche spielen kann. Er hat dann vielleicht ein super Mana-Defizit. Kann nur vielleicht mal ein Removal auf unsere Kreaturen spielen. Also gar nicht seine Strategie so richtig entfalten. Also müssen wir gar nicht flexibel gegen die gegnerischen Karten sein. Wir versuchen ihn einfach daran zu hindern, seine Karten möglichst schnell auszuspielen. Ja, im Bereich Tempo vier von fünf. Wobei wir können halt wirklich einen super, super, super schnellen Tempostart hinlegen. Ab dem zweiten Zug die Mana Base des Gegners einfach komplett kaputt machen. Aber generell sind wir eben nicht so das Deck, was auf Karten Vorteil spielt. Sondern eher eine aggressive Tempostrategie spielen. Wenn man das jetzt mit anderen Decks im Format wirklich nur auf die Geschwindigkeit vergleicht, dann würde ich sagen, hat dieses Deck eher so drei von fünf Sternen. Aber die Strategie pusht das Deck eben so in den Spieltyp vier von fünf Sternen. Ich hoffe, man kann das ein bisschen nachvollziehen, was ich meine. Ja, das war es auf jeden Fall für unsere Deckbewertung. Und wie versprochen reden wir abschließend noch über das Sideboard, welches mit diesem Deck zusammen gespielt wurde. Als erstes haben wir dreimal Kitchen Things im Sideboard. Drei Mana 3, zwei. Wenn sie ins Spiel kommen, kriegen wir zwei Leben mit der Persistfähigkeit. Also wenn sie sterben, kommen sie quasi noch einmal wieder hier in diesem Deck. Natürlich gibt es auch Decks, die das noch ausnutzen. Aber hier in unserem Deck Kitchen Things wirklich gegen Kreaturen Decks, gegen Aggro Decks und gegen Burn Decks natürlich. Sie kann quasi zweimal blocken und macht dann insgesamt vier Lebenspunkte. Sehr gute Kreatur einfach gegen die Aggro Decks. Genauso wie zweimal Anger of the Gods. Drei Schaden auf jede Kreatur. Wird dann andersrum wieder gerne gegen Kitchen Things auch gespielt. Anger of the Gods schickt auch noch zusätzlich alle Kreaturen, die sterben würden, ins Exil gegen Kitchen Things Combo Decks. Also Melira Combo oder GWX Visier Combo. Generell sehr gute Karte, wenn man eben gegen diese Decks zusätzlich alle Kreaturen ins Exil schickt. Außerdem auch sehr gut gegen Dredge, wenn man Preist, Anmagam etc. trifft. Generell einfach eine super Sideboard Karte im Format. Dann unser Artefakt Hate Paket. Dreimal Ancient Grudge können wir auch direkt zweimal jeweils benutzen, da es Flashback für ein grünes Mana hat. Können wir also nochmal aus dem Friedhof wirken. Und Abrade einfach auch als Artefakt Removal. Kann aber zusätzlich noch als Kreaturen Removal benutzt werden. Ist also auch eine nette Karte, zum Beispiel gegen Affinity. Kann aber auch als zusätzliches Removal einfach gegen andere Decks reingebordet werden. Abschließend haben wir noch ein kleines Artefakt Paket. Zweimal Pithing Needle, zweimal Relic of Pogenitus. Beides auch sehr wichtige Karten. Relic natürlich nochmal ganz offensichtlich gegen die Graveyard Decks. Sei es Dredge oder auch sowas wie UR Storm. Immer eine gute Karte. Oder eben gegen Visier Decks. Und Pithing Needle natürlich gegen alles, was wir sonst nicht handeln können. Kann gut gegen Planeswalker sein. Insgesamt einfach eine sehr flexible Karte. Die Pithing Needle, die man immer reinborden kann, wenn man etwas mit starken Activated Abilities sieht. Kann auch gut gegen Tron sein. Man kann da bestimmte Artefakte auch mit abschalten. Also generell definitiv eine sehr gute, sehr flexible Karte. Ganz am Abschluss dann noch zweimal Thorn of Amethyst. Ebenfalls hier zu unserem Artefakt Paket. Zwei Mana, nicht Kreaturen, Zaubersprüche kosten ein Mana mehr zum Spielen. Natürlich schränken wir da uns selber mit ein, da wir auch sehr viele Nicht-Kreaturen-Zauber-Sprüche haben. Aber das ist hier wirklich die Notlösung gegen die Storm Decks. Denn wir können mit dem Storm Deck wirklich sehr wenig interagieren. Und zwischendrin so ein Thorn of Amethyst ist halt sehr stark gegen die Storm Decks, da sie quasi nur Nicht-Kreaturen-Zauber-Sprüche spielen. Die haben halt noch einen sehr viel größeren Nachteil von der Karte als wir. Außerdem können wir dementsprechend auch Nicht-Kreaturen-Zauber-Sprüche raus-sideboarden, wenn wir den Dorn reinboarden. Zusätzlich kommt da meistens ja auch noch sowas wie Relic of Pogenitus mit dann dazu. Also man kann dann wirklich noch sehr gut das Deck ein bisschen umbauen und auch gegen die Combo-Match-Ups damit ein bisschen verstärken. Ja, das war es schon für diesen Competitive Deck-Check. Rot-Grün Land Destruction. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ein weiteres Bloodbraid-Elf-Deck. Super, super interessant auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein fieses Deck. Ist bestimmt mies dagegen zu spielen. Wird sich zeigen, wie gut das sein kann. Aber eben ungeschlagen in der Modern-Liga. Ich wollte es euch mal vorstellen, da wir wirklich noch nie so ein Land Destruction Deck im Modern-Format, glaube ich, zusammen besprochen haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet ein paar nützliche Tipps generell mitnehmen. Lasst doch auch ruhig einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.